Hallo zu später Stunde, hoffentlich seid ihr noch ein bisschen fit, weil es gibt jetzt einen sehr abstrakten und ernsten Vortrag ohne Bilder. Ohne Slideshow-Animationen und Schenkelklopferwitze und es hat auch eigentlich nicht so richtig so mit viel Technik zu tun, also ist auch nicht so meine Stärke. Ihr kennt mich vielleicht eher von dem Bücherstand, also so Ideologiekritik und Bewusstseinserweiterung und solche Dinge. Es ist auch Technologie, aber ich danke erstmal den Sponsoren für diesen Vortrag, also dem Committee for the New American Century und der neokonfaschistischen Partei von Amerika und dem CIA, also ohne den ich überhaupt gar nicht hätte eingeflogen werden können, aus Tel Aviv, Texas. Außerdem natürlich auch dem Mossad und seiner deutschen Vorfeldorganisation, die sich gestern toll um mich noch gekümmert haben abends, die Anti-Deutsche-Antifa e.V. Und ja und klar nochmal so die Botschaft vielleicht von den Sponsoren, wir haben natürlich alle nur ein Ziel und zwar die ohnehin notleidenden und entrechteten armen kleinen Deutschen zu demütigen und zu vergasen. Ich werde in diesem Vortrag mit Gruppen, Gruppenzuschreibungen so umgehen, dass ich jetzt alle, die sich als einer bestimmten Gruppe zugehörig empfinden, so wie jetzt gerade mit den Deutschen und sie sich auch selbst so bezeichnen, auch dazu zähle. Das ist problematisch, weil ich sie vielleicht darin bestärke, sich dazu zu zählen, aber ich habe keinen anderen Weg gefunden, darüber verständlich zu reden. Meine Probleme mit Gruppenzuschreibungen sind auch recht persönlicher Art. Das dreht ja völlig durch. Ja, also meine Probleme mit diesen Gruppenzuschreibungen sind auch recht persönlicher Art. Ich habe eigentlich nie so richtig irgendwo reingepasst. Also am Anfang schon, da war alles sehr einfach. Also ich war so DDR-Bürger und einer von den Guten, von den Kommunisten, die die Welt zu retten und so. Dann war ich plötzlich Deutscher, also Teil eines Landes, das ich bis dahin verabscheut hatte und das hat sich seitdem auch nicht so richtig geändert. Im Ausland habe ich dann immer gesagt, ich bin Ostdeutscher, um mich von der Zuschreibung als Deutscher zu distanzieren. Und im Westen wollte ich aber dann auch nicht der Ossi sein, weil das war das reine Schimpfwort. Das hieß dann nur, dass man hilfsbedürftig ist und die Hilfe gar nicht verdient. Dann war ich ein Linker. Für meinen Schuldirektor musste ich auch noch den Quoten Linksextremen geben, weil es gab sonst keinen. Also es gab halt jede Menge Rechtsextreme und dann brauchte er natürlich auch einen von links, weil sonst kam die Bedrohung ja gar nicht von dort, wo es der Kanzler gesagt hat, also von beiden Seiten und so. Ja und später hieß es dann immer so was wie, du bist also der Schriftsteller und ich dachte dann auch immer so, naja, weiß ich jetzt nicht. Man hat mich auch schon als Hacker bezeichnet, also die Leute glauben einfach alles. Ja und seit dem letzten Jahr, jetzt auch seit dem letzten Vortrag hier, gelte ich jetzt auch noch als Anti-Deutscher, also dazu will ich jetzt gar nichts sagen, aber ja und beim Trampen spiele ich dann auch immer damit, dass ich erst nach einer Weile sage, wo ich herkomme und mich von vornherein erstmal als Amerikaner ausgebe. Jedenfalls war am Anfang alles sehr einfach. Da war ich also noch einer von den guten, weil jetzt kommt, also erste große Aussage, weil die meisten Bewohner meines Herkunftslandes an eine Verschwörungstheorie glaubten und sowas vereinfacht die Sache natürlich sehr. Also diese Verschwörungstheorie war in der Schule, in den Zeitungen, in den Büchern, im Alltag, sie war so allgegenwärtig, dass die wenigsten mitbekommen haben, dass es eine war und das ist auch bis heute kaum einem klar geworden. Also ich bin auch selber erst sehr spät darauf gekommen, die Verschwörungstheorie basierte wie alle Verschwörungstheorien auf einer Verankerung in der Realität und nicht eben der schlechtesten. Man hatte also aus der Kritik, die Marx einst formuliert hatte, einen so flotten, dramatischen Plot eben mit Bildern und Handgreiflichkeiten und so gebaut. Aber dieser Plot war eben noch viel handgreiflicher, als das jetzt auch in der Rückschau immer so wahrgenommen wird. Das heißt, ich musste mir schon erstmal die Folgen dieser Verschwörungstheorie, die also von all meinen DDR-Mitinsassen halt so geglaubt wurde oder von den meisten, da sind wir wieder bei den Gruppenzuschreibungen, sorry. Ich musste mir also die Folgen schon erstmal vergegenwärtigen, um davon irgendwie wegzukommen. Also die reine Ideologiekritik, das ging schon so kopfmäßig, bewusstseinsmäßig, aber irgendwie hing man ja mit dem Herzen dran und überhaupt. Und das heißt, es ging also darum, nochmal zu den Wurzeln zurückzugehen. Wie ging das eigentlich los mit Leninismus? Und man hat also diese ganze Geschichte nochmal ein bisschen angeschaut, 1917, wie das so aussah. Und das erste für mich Verblüffende, so als DDR-Sozialisierter war, also die Revolution hatte ja schon längst stattgefunden. Also die mussten ja gar nicht erst noch eine machen, die war schon längst passiert. Es war eine Revolution, die also wirklich alles umgeworfen hat dort und die hatten dann schon vor, so Revolutionsregierung und jetzt halt sozusagen den Deutschen richtig noch eine drauf und nach Berlin einen reiten und ich also nach der Geschichte danach kann man sagen, es wäre nicht die schlechteste Idee gewesen. Und jetzt kommt also praktisch diese völlig andere Fraktion da rein, die also so eine eine Art einseitigen Pazifismus verkündet. Doch mit hingehaltenen Wangen wissen die was anzufangen, kennen das. Also die irrsinnige Folge war eben jetzt die einseitige Aufkündigung des Krieges, was die Deutschen natürlich schon als Einladung empfunden haben, jetzt sich da riesen Räume anzueignen, was also auch die gesamte weitere Geschichte völlig verändert hat eigentlich an der Stelle. Also dieser ganze Bürgerkrieg, Rückeroberungsszenarien, das hätte es uns gar nicht geben müssen, wenn der Feind nicht schon so weit im Land gestanden hätte. Vermutlich hätten auch die Deutschen nicht unbedingt so eine positive Vorstellung davon bekommen, so ein Land zu erobern und sich da einfach die Beute nehmen zu können, weil einfach keiner mehr kämpft. Und dann halt die Frage, warum haben die das gemacht? Also warum haben sie jetzt sozusagen ihrer im Feld stehenden Armee gesagt, jetzt geht nach Hause, wir verlieren. Und da muss man sich dann schon mal wirklich Lenins strategische Schriften so aus der Zeit mal anschauen und stellt dann fest, dass er tatsächlich geglaubt hat, dass es einfach eine sehr gute Sache ist, wenn Nationen, Völker, Staaten irgendwie ihre Interessen gegeneinander austragen. Das ist halt so der kapitalistische Normalzustand. Aber jetzt wäre ja der Imperialismus auf den Plan getreten. Also einfach nicht mehr wirklich noch so ein ökonomisch-wissenschaftlicher Begriff war, sondern schon eigentlich eine sehr merkwürdige, durchaus auch schon Wahnvorstellung kann man eigentlich sagen. Er glaubt, dass jetzt da gibt es eine kleine reaktionäre Clique, die also die kompletten Völker gegeneinander ausspielt. Also dieser Krieg ist gar kein Krieg mehr zwischen Nationen, sondern also einer, der der von irgendwelchen Supermächten darüber, über diese Völker ausgetragen wird. Weshalb es also auch, also man müsste also sozusagen erstmal eine richtige nationale Regierung einsetzen und das also auch mit allen Mitteln, um dann den Krieg, den man im Grunde schon verloren hat, einfach wieder zu gewinnen. So und das ist also tatsächlich der Grundzug von Leninismus. Daher kommt also diese ganze Vorstellung von gerechten und ungerechten Krieg her, die wir also heute immer noch in Diskussionen über den Irakkrieg dann nochmal dargereicht bekommen, also auch von Leuten, die jetzt nicht Leninisten sind unbedingt. Und da ist also auch die Vorstellung schon drin, dass es so ein gutes Volk, so eine gute Volksgemeinschaft einfach gibt, die man aber erst dadurch herstellt, dass man also alle anderen, by all means necessary, irgendwie eliminiert. So und das hat relativ lang gedauert, bis ich aus diesem Plot also rauskam, also weil diese Informationen jetzt auch nicht wirklich so Mainstream sind, also auch im Westen nicht. Also muss man schon mal sagen, dass da die Siegergeschichtsschreibung sehr gut funktioniert hat an der Stelle. Und während ich also so nach und nach da rausglitt, blühte aber um mich herum unterdessen schon eigentlich eine völlig andere Verschwörungstheorie, die zwar mit der ähnliche Feindbilder gemeint hatte, aber schon ein bisschen anders funktioniert hat. Und das lässt sich am besten daran illustrieren, so an dem Umschwung zwischen 1999 und dann so etwa 2003, kann man vielleicht sagen. Also das heißt, 1999 war ein Angriffskrieg gegen Jugoslawien, der also auch von der Bundesrepublik also nicht bloß mitgetragen, sondern eben auch durchaus mit herbeigeführt wurde. Es gab natürlich eine gewisse Debatte darüber, aber im Grunde waren sich die meisten dort doch einig, wir sind die Guten, weil wir mitmachen, also weil wir dieses Mal nicht zuschauen oder so. Und das dauerte dann ziemlich genau vier Jahre, bis also ein ungefähr gleicher Bevölkerungsanteil, eine gleiche Bevölkerungsmehrheit jetzt schlagartig gegen den Irakkrieg war. Also ein ganz ähnliches Satz dann, wir sind die Guten, weil wir nicht mitmachen. Und die Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Aussagen ist klar. Es ging einfach natürlich hauptsächlich darum, dass wir die Guten sind. Begründung wird nachgeliefert sozusagen. Es ist ja auch an diesen Bildern nichts korrigiert worden. Also es ist ja für die deutsche Kriegsbeteiligung jetzt beim Kosovo-Krieg jetzt auch nicht irgendwie im Nachhinein noch irgendjemand bestraft worden oder für irgendein Gericht gekommen oder so. Das hat man ja einfach so stehen lassen. Es gab jetzt nicht irgendwie dieses Ding, wir sind jetzt plötzlich alle Pazifisten. Also war das damals auch falsch, sondern da ist nichts mit Pazifismus. Da ist einfach nur, wir sind die Guten an der Stelle. Und dieser Umschwung passierte natürlich um ein Datum herum, also um genau in der Mitte, 9-11-2001, durch das einfach bestimmte verschwörungstheoretische Vorstellungen schlagartig extrem populär wurden. Das heißt also, wenn auch jetzt immer gern dieser Eindruck vermittelt wird, es würde sich also bei diesen Vorstellungen, die Amerikaner hätten sich das irgendwie selber eingebrockt oder es auch selbst getan oder der Mossad oder wer auch immer, da würde es sich jetzt irgendwie um eine Art von subversiver Information handeln von irgendwelchen randständigen Gruppen. Es ist eine der populärsten Ideologien auf der Welt im Moment. Also genau diese Vorstellung. Sodass man jetzt also, wenn man diesen Irak-Krieg kritisiert hat, sich plötzlich in so einer Belehrungsposition befinden konnte und sagen konnte, wir sind nicht bloß die Guten, die das jetzt auch noch erklären. Wir haben also auch noch eigentlich so eine schweigende Mehrheit hinter uns, die natürlich eigentlich bloß die unterdrückte Minderheit ist. Und das wurde erstmal, also hauptsächlich daran erstmal sichtbar, dieser Einfluss der Verschwörungstheorien daran, was dann plötzlich alles so geglaubt wurde. Ich will jetzt gar nicht viele Beispiele rausgreifen. Ich nehme mal vielleicht ein vermutlich recht bekanntes, also diese berühmten 4.000 Juden beziehungsweise Israelis, das hängt dann immer von der Geschichte ab, die also von dem Anschlag auf das World Trade Center vorher wussten, gewarnt wurden und dann dementsprechend nicht zur Arbeit erschienen waren. Und also diese Geschichte hat einfach überhaupt keine Basis. Also es ist einfach der Ausgangsbericht, auf den sich das bezieht, hat damit also relativ wenig zu tun. Es gab 4.000 israelische Angehörige, die jetzt also ihre Angehörigen in New York irgendwie vermissten, die waren sich jetzt nicht sicher, ob da irgendwas passiert ist. Haben also innerhalb der ersten wenigen Stunden nach den Anschlägen vermissten Anzeigen aufgegeben, die sich dann eben alle als gegenstandslos erwiesen, aber eben auch nicht abwegig waren einfach. Die waren nun in New York und das waren halt genau 4.000 Leute und daraus ist dann einfach diese Geschichte geworden, die also bis heute in allen möglichen Medien immer wieder gerne mal so durchkolportiert wird. Also jetzt, das ist ja immer so unterhalb von dieser ganz offiziellen Schiene, aber es gibt halt mittlerweile einfach schon, sagen wir mal, man kann davon ausgehen, also sowas wie Internet-Korportage, in Deutschland wäre das dann zum Beispiel Telepolis oder so, da eben doch sehr viel rezipiert wird. Und der direkte Einfluss war natürlich, dass jetzt eigentlich, also man hat eigentlich die Bevölkerung entmachtet, also auch wenn man so getan hat, als würde man jetzt den Leuten so einen Grund geben, auf der Straße die Meinung zu sagen und sich irgendwie zu engagieren und so weiter, aber es war ja nur noch Akklamation dessen, was also ohnehin die offizielle Politik war. Und Verschwörungstheorien funktionieren halt doch oft so, also dass sie einfach eine Entmachtung der Bevölkerung darstellen. Ich gehe jetzt also davon aus, es gibt eine kleine Verschwörung, die das macht und ich mache so die kleine Gegenverschwörung dagegen und da dürfen die anderen alle gar nicht mitspielen. Also die können natürlich irgendwie jetzt die Befehle jeweils empfangen und es gibt sie dann so als passive Rezipienten, die das dann untereinander austragen, aber es ist eigentlich eine völlige Verachtung der allermeisten Menschen drin. Und dieser Begriff der Counter-Conspiracy, der dann auch immer wieder auftauchte, so in bestimmten, auch gerade unter Hackern gepflegten Diskussionen, man müsse sich jetzt also ähnlich dagegen organisieren, das ist eigentlich tatsächlich das, was bei Verschwörungstheorien meistens passiert. Also man bastelt sich sozusagen einen Feind, dem man also all das unterstellt, was man selber eigentlich machen möchte. Und leider macht man das dann auch relativ oft. Um nochmal auf die Leninisten zurückzukommen, das Beispiel von vorher, da gibt es also auch diese Beschreibung von Hannah Arendt drüber, die also sagt, das sind eigentlich Geheimgesellschaften im vollen Lichte der Öffentlichkeit. Also das heißt, sie haben sich im Wesentlichen so verhalten wie der klandestine Feind, von dem sie dann sprachen, wenn man sich jetzt so das Verhältnis der Stalinisten zu Trotzki dann anschaut. Man hat also genau all das gemacht, was man ihm unterstellt hat an der Stelle. Und auch an der Stelle sind also Menschen in größeren Mengen, die irgendwo dazwischen stehen in diesem Konflikt einfach nur noch Material. Also die haben also sozusagen alle selber keinen direkten Anteil, keinen autonomen Willen und so weiter. Das spielt alles keine Rolle, weil das wird ja alles von sehr wenigen Leuten kontrolliert. So und das heißt, an dieser Stelle wird also ein sagen wir mal ein sehr komplexer Gesellschaftszustand, den man vielleicht mit abstrakten Begriffen beschreiben könnte, der dann zwar kompliziert ist, aber schon immer noch begreifbar wäre, einfach personalisiert und bebildert natürlich auch und auf diese Weise einfach zu einer Ersatzreligion, die Leute eigentlich am Ende doch handlungsunfähig lässt. So und in der Praxis funktioniert das dann so, dass diese berühmte Verschwörungstheoretiker-Frage, also dieses Que Bono, einfach nicht mehr ausgedehnt wurde. Also man hat im Grunde eigentlich gar nicht danach gefragt, wem jetzt irgendwas nützt, sondern man hat eigentlich immer nur noch gefragt, nützt es nicht vielleicht auch wieder denen? Also diese Frage ist völlig verkippt worden. Sie wurde eigentlich nicht auf alle Möglichkeiten jetzt angewandt, wie das ja auch immer gern dann behauptet wird von Verschwörungstheoretikern. Also wenn nach Interessen, wenn nach Interessen gefragt wird, ist dann selten zu hören, ich profitiere heute noch davon, dass der Nationalsozialismus die Juden auszurotten versuchte oder welche Staaten beherbergten 2003 die wichtigsten Rüstungslieferanten des Irak, das ja irgendwie zulässige Fragen wären, die dann aber so im Verschwörungstheoretischen Diskurs irgendwie nicht auftauchen würden. So und während also diese ganze Debatte umkippte, saß ich zum Beispiel zwischendurch mit Matthias Bröckers in einem Café in Kreuzberg und wir hatten halt eine sehr eigentlich recht lustige Diskussion, kann ich mich erinnern, über die Möglichkeit halt so ein Verschwörungsmagazin irgendwie wieder aufleben zu lassen, so diese Idee von so einem monatlichen Verschwörungsplatt, was es da so alles gibt, was man sich so alles mal überlegen könnte. Und also komplett so mit Centerfault zum Ausklappen, so Conspiracy of the Month, irgendwas so Wimmeldiagramm. Und das Problem war, dass diese Diskussion dann schlagartig, als es ich weiß auch nicht mehr genau, warum dann irgendwann auf Israel zu sprechen kam, völlig entglitt, also der Tonfall seinerseits änderte sich also völlig und da war also nichts mehr von Gedankenmodellen und von Möglichkeiten, es war jetzt also ganz klar, die machen da dasselbe, was damals und man kennt das ja leider. Und ja und da ging es nämlich eigentlich um das Revival der amerikanischen Verschwörungszeitschrift Kritik, die sich dann auch wirklich nochmal lohnt sich nochmal vorzunehmen, wie das damals mich eigentlich ausgesehen hat. Also da gibt es dieses Umkipp-Moment nicht. Also die hatten das dann tatsächlich so, also ohne den Centerfault, aber es wurde also alles Mögliche diskutiert, es war der ganze Irrsinn auch drin, also komplett mit Holocaust-Leugnern und so weiter. Ich meine, es ist ja in Amerika auch erlaubt, darüber zu diskutieren. Aber es waren genauso dann eben auch Texte drin, die die Herangehensweise selbst von Verschwörungstheoretikern kritisiert haben. Also in einem Verschwörungsblatt stand dann eben auch durchaus drin, also dass Leute, die jetzt nach Verschwörungen Ausschau halten, jetzt nicht unbedingt das Problem sind, aber dass Leute, die welche erfinden, natürlich kreuzgefährlich sind, vor allen Dingen, wenn das dann auch noch geglaubt wird. Oder als Beispiel hat man dann in diesem Magazin auch Marx-Verstrickungen mit Geheimbünden diskutiert und kam dann also auf sicherlich 15 Seiten immer wieder zu dem Schluss, also da ist jetzt eigentlich auch nicht wirklich was und da auch nicht und an der Stelle wäre es jetzt vielleicht möglich, aber da hat der Autor dieser Originaltheorie übersehen, dass es jetzt einfach so eine Burschenschaft war, die Marx dann auch eine Woche später wieder rausgeworfen hat und also das heißt, in diesem Originalmagazin gibt es dieses Umkippmoment eigentlich deshalb nicht, weil sie eine Debatte führen, also weil tatsächlich die Methoden kritisiert werden, weil es die Möglichkeit gibt, auch zu sagen, das ist jetzt eine grundsätzlich verkehrte Herangehensweise und auf sowas wird sich dann nicht mehr, also lässt man sich dann nicht mehr ein, wenn also die Verschwörungstheorie als Beweismittel funktioniert, also wenn sozusagen diese Quibono-Frage gar nicht mehr auf alles angewandt wird, auf alle angewandt wird. Dafür gibt es relativ handgreifliche Gründe. Ich habe das mal auf einem jetzt vielleicht auch wieder relativ abstrakten Level, so 20. Jahrhundert geschichtlich irgendwie versucht mal umzuumreißen. also im Bereich der gesellschaftlichen Bereich der Konsumtion haben sich also gerade im Laufe des 20. Jahrhunderts Glaubenssysteme herausgebildet, die mit ihren Vereinfachungen angesichts des Informationsüberflusses willkommen sind und die neben anderen Faktoren einer informationellen Selbstbestimmung im Wege stehen. Als Ersatz Religion funktioniert dabei die Werbung und als politischer Überbau tritt die oft antisemitische Verschwörungstheorie auf. Beide bieten eine Auswahl aus dem jeweils nicht mehr überschaubaren Angebot und reduzieren so die relevante Informationsmenge für den Einzelnen beträchtlich. Gleichzeitig verstärken sie ihre simplen Botschaften bis zum Stadium der Allgegenwart und zeigen sich sehr einfallsreich im Aufspüren immer neuer Informationstransportmittel, wie an kommerziellen und auch ideologischen Spam-Mails gut zu sehen ist. Also die Werbung jetzt in dem Zusammenhang übernimmt die Zurichtung zum Konsumenten. Die Verschwörungstheorie nun, deren enorme politische Reichweite im 20. Jahrhundert etwa von Daniel Peip sehr gut beschrieben wurde, der also auch diese Leninismus-Geschichte sehr gut auf dem Schirm hat, erzählt die Zeitgeschichte als griffigen Plot mit realen Elementen, mit unglaubwürdigen als Würze, mit Opfern, Helden, Verführern und natürlich einem möglichst großen historischen Spannungsbogen. Das Schwarz-Weiß ist in dieser Erzählung schon eingebaut. Derrida heißt das, die Entgegensetzung steht in einem systematischen Zusammenhang mit der Reduktion. Das heißt also, dass eine vereinfachende Erzählung notwendig auch auf möglichst simple Widersprüche oder Gegensätze aufgebaut sein muss. Die Verschwörungstheorie suggeriert auf diese Weise eine unmittelbare Politik, in der es zugeht, als würden nur eine Handvoll Menschen auf der Erde überhaupt agieren. Und wenn diese Erzählungen nicht zu einer Ersatzhandlung gegen vermeintlich Schuldige animieren, sorgen sie meist für eine Art Erbauung. Leser von Werken eines bestimmten Glaubenssystems finden die wichtigsten Motive wieder und behalten den Eindruck, die Welt noch zu verstehen. Man applaudiert also seinem Gedächtnis. Es gehört zu den Stilmitteln wirksamer verschwörungstheoretischer Texte zunächst ein unübersehbares Chaos zu schildern, um es dann auf die gewohnten wenigen Faktoren oder noch eher Personen und Gruppen zurückzuführen. Und das hat dann seine psychologische Entsprechung eben auch in denjenigen, die diese Verschwörungstheorien entwickeln, wenn man so will, hat also seine Entsprechung in der Suche nach einem umfassenden Gegenplot, in dem die eigenen Überzeugungen wieder stimmen und nur das wirklich längst korrekturbedürftige modernisiert werden muss. Also sagen zu können, dass alles, was einer vorgestellt gleichgeschalteten Mainstream-Meinung entspricht, eine Lüge ist, während die Wahrheit, TM, die ja von unabhängigen Geistern und auch dem einfachen Volk ohnehin erahnt wird, dieser Lüge ebenso umfassend entgegensteht, also derjenige zu sein, der dann ausruft, dass der Kaiser nackt ist und damit den abrupten Übergang in eine bessere Welt mit besseren, weil ehrlicheren Herrschern einzuleiten. Oder eben auszurufen, dass die Königin Babylon eine Hure ist und dass sie entblößt und vergewaltigt werden muss, damit es besser wird. Also passt vielleicht eher auf die meisten dieser Ausrufe. Ziemlich sicher lässt sich aber nur noch sagen, dass die umfassenden Gegenplots falsch sind und dass sie ebenso falsch sind, wie die Annahme ihrer Architekten, es gäbe so etwas wie einen umfassenden Hauptplot überhaupt noch. Der Grund für die spontane Begeisterung gekränkter Intellektueller und beleidigter Volksmassen für den umfassenden Gegenplot, der ja eigentlich stimmt, besteht eben darin, dass die meisten Nachrichten über die Wirklichkeit Welt eine Welt voll verwirrender, abstrakter Verhältnisse und komplexer Personenkonstellation zeigen und eben keinen durchkomponierten Mainplot. Den gab es allerdings immer dann, wenn die Medien verstaatlicht und in der Hand von verschwörungsglaubigen Ideologen waren. Nur für den Ausruf, der Kaiser ist ja nackt, oder eben die Königin ist eine Hure, kann ich sofortige Anerkennung erwarten, nicht aber für eine Erörterung der Grundzüge der Außenpolitik wenigstens der 20 wichtigsten Staaten der Welt. Applaus bekommt meist nur ein Redner, der Klimaveränderungen, Weltkrieg und Hungersnöte dem amerikanischen Präsidenten anlastet, selten jedoch derjenige, der beispielsweise darüber Betrachtung anstellt, wie wenig sich für diese Problemkreise persönlich Schuldige überhaupt ermitteln lassen. Und genau auch diese Dialektik davon, dass man eigentlich sagt, das ist so eine unterdrückte Meinung, aber die glauben ja alle, also man ist sich mit der Mehrheit eigentlich einig, aber es ist ja eigentlich nur eine unterdrückte Minderheitenmeinung, das ist halt so ein Moment, wo das mit dem Wahn eigentlich auch das ja offensichtlich ist, führt dann eben auch nochmal schnell dahin zu gucken, wer jetzt im Moment eben dann die entsprechenden Verschwörungstheorien auch gutiert. Also man sollte immer auch mal darauf hinschauen, was für Gesellschaft sich daraus ergibt. Also diese Force-Friends-Frage sozusagen. Und da wäre dann auch gerade in Bezug auf die 9-11-Verschwörungstheorien halt interessant, die Quellen für die meisten anwürfe. Wenn ich jetzt also in Deutschland dann lese, ja, American Free Press hat das irgendwie gebracht, das ist halt eine Nazi-Zeitung. Also das weiß man ja hier nicht. Und das weiß dann zum Beispiel die Anti-Defamation League, da kann man dann mal nachschauen, aus was für einer Originalquelle stammen denn diese Informationen eigentlich. Aber schon in diesem Zweit- und Drittverwertungsfilter wie jetzt wie Snesky oder Broeckers ist das ja nicht mehr drin. Also da kriege ich ja nur noch so was wie kritische Amerikaner, sehen das ja auch so wie wir. Und diese kritischen Amerikaner sind dann halt irgendwelche White Supremacists. Also die sind natürlich kritisch, das ist klar. Also ganz zu schweigen eben von dieser mittlerweile existierenden 9-11-Conspiracy-Theory-Industrie, also die einfach bergeweise Bücher und durchaus auch recht kommerziell erfolgreiche Webseiten betreibt, wo man einfach schon merkt, also jetzt so randseitig ist das nicht mehr. Das kriege ich jetzt schon ständig um die Ohren gehauen. Bücherauslagen in bestimmten Buchläden sind dann eigentlich voll mit diesen Themen auch. Die üblichen Verdächtigen sozusagen sind dann einfach immer ausgebreitet Chomsky gegen Busch und Chomsky gegen den und den. Und ja, jetzt mal kurz etwas springen. Ja und ich kehre jetzt auch mal so ein bisschen zu der tatsächlich ausgearbeiteten Passage zurück. Bei der es also schon auch darum gehen sollte, das bloße Wort der Verschwörungstheorie erstmal dieser automatischen Verwendung zu entreißen. Also das ist ja in vielen Diskussionen eigentlich hauptsächlich dazu verwendet wird, um jetzt bestimmte Positionen zu adeln oder gleich der Betrachtung zu entziehen. Also im Sinne von, das kommt jetzt so aus der Ecke, das ist irgendwie spannend. Oder eben, hey, das ist ja Verschwörungstheorie, rede ich gar nicht drüber. Da gab es halt zuletzt ein gutes Beispiel in der Jungle World, die wir auch am Bücherstand dabei haben, die dann so eine Diskussionsrunde initiiert haben zwischen so zahlreichen Antideutschen, die jetzt so über die Geschichte dieser ganzen Bewegung, naja, irgendwie noch mal diskutieren sollten. Einige davon waren auch schon längst ausgestiegen und so weiter. Jedenfalls hat sich Jürgen Elsässer dann dort verbreitet, dass ja der Mossad von den Anschlägen 9-11 wusste. Und es gab dann einige Empörung auch schon so in dieser Interviewsituation, so von wegen, das wäre ja jetzt eigentlich schon ausgesprochen antisemitisch damit um die Ecke zu kommen. Und da wurde eigentlich schon klar, dass die Kritik an Verschwörungstheorien, sage ich mal, ein bisschen plump ist, ein bisschen zu früh ansetzt meistens. Auch weil dieser Umstand, dass der Mossad von vorher was wusste erst mal keinen. Also das ist weder ein Geheimnis, noch ist das jetzt irgendwie eine furchtbare Information, weil das wussten eben eigentlich die meisten besser informierten Geheimdienste, dass es halt Anschläge auf dem Gebiet der USA geben würde, weil es ja auch schon eingegeben hatte. Also das WTC war bereits angegriffen worden. Es gab strategische Planungen dazu, was man bei einer Wiederholung machen wollte. Die sind hauptsächlich deswegen nie zur Diskussion gestellt worden oder verfolgt worden, weil das State Department und der Clinton halt volles Rohr auf Appeasement so mit der islamischen Welt war und einfach sagt, wir wollen jetzt hier nicht plötzlich den Eindruck erwecken, wir würden ihnen jetzt irgendwie vorwerfen, sie würden systematisch diese Terroristen hervorbringen und zu uns schicken. Aber diese Pläne waren trotzdem bekannt. Sie waren im Mossad eben so bekannt wie auch zahlreichen anderen Sicherheitsdiensten, Nachrichtendiensten. Also vielleicht nochmal dieser erste Anschlag aus World Trade Center, der immer auch ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommt, der also auch eindeutig von Verschwörungstheoretikern ausgeführt wurde. Diese Autobombe, die Ramzi Josef dann mit Hilfe von Anhängern Bin Ladens in der Tiefgarage unter dem Nordturm platziert hatte, riss einen riesigen Krater in das Fundament des World Trade Center und verwüstete mehrere Stockwerke. Dabei wurden sechs Menschen getötet und mehr als 1.000 verletzt. Und zu der Tat bekannte sich eine damals unbekannte Terrororganisation, die sich das 5. Bataillon der Befreiungsarmee nannte. Aus dem Bekennerschreiben wurde deutlich, dass es sich bei den Attentätern um Islamisten handelte und eben aber auch um Verschwörungstheoretiker. Sie bezeichneten diese Aktionen als Antwort auf Amerikas politische, wirtschaftliche und militärische Unterstützung Israels, den Staatsterrorismus dort und die restlichen Diktaturen in der Region. Wo man erst noch so denkt, okay, kann ich jetzt noch irgendwie politisch einsortieren. Im nächsten Satz ging es dann aber schon nur noch um die Kreuzfahrer und um also auch schon noch mal so ein paar Denkfiguren, die dann zum Beispiel auch letztes Jahr zum 7. Juli in London wieder aufgetaucht sind. Da kann ich mich erinnern, dass auch einige linke Zeitungen dann nicht müde wurden darauf hinzuweisen, dass es sich jetzt irgendwie schon um Anschläge handelte, die in der Londoner City passiert sind. So als wäre das jetzt irgendein also irgendeine Art von Grund oder Legitimation dafür. Also das sind natürlich dann schon rein verschwörungstheoretische Elemente, also auch schon bei den Tätern zu erkennen. Gut, aber davon mal ab. Also die Tatsache, dass der Moss hat das wusste, was auch der CIA oder der Verfassungsschutz wusste, ist selbst erst mal nicht antisemitisch oder verschwörungstheoretisch, das ist klar, sondern eben erst die Frage, was dann aus dieser Tatsache wird, wenn man so dieses allgegenwärtige, die Juden sind unser Unglück hinzudenkt, das nun mal im 20. Jahrhundert sich so in den Rang einer allgemeinen, globalen Grundüberzeugung irgendwie gespielt hat. Dieser immerwährende Schuldvorwurf, der also drin schwingt und der also von Japan über China und Indien und den Nahen Osten bis in die westliche Welt reicht, der verleiht also dieser simplen Tatsache das Moment des Mitwissertums und eben auch der Verstrickung. So also selbst die als wenn es überhaupt keinen Hinweis darauf gegeben hätte, dass der Moss hat tatsächlich was davon gewusst hätte. Also wenn jetzt einfach tatsächlich mal aus irgendeinem Grund nicht aufgepasst hätte und die hätten das einfach gemacht, man hätte sie ja trotzdem bezichtigt. Also sie sind einfach, das ist einfach der Moss hat. Es ist der Geheimdienst des Staates der Juden, der muss das ja wissen. Es hat nie jemand geprüft. Ich bin mir sehr sicher, dass am Ende auch keiner noch mal nachgeschaut hat, ob die das wirklich wussten in dem Sinn. Also diese Geschichten wurden genauso kolportiert wie die von den 4.000 Gewandten. Ja. So aber so übersichtlich, wie es halt in diesem Fall ist, dass ich jetzt sagen kann, das ist ja auch kein bestrittenes Faktum am Ende, ist es normalerweise nicht. Wir haben normalerweise im Umgang eben mit Verschwörungstheorien schon damit zu tun, dass die Mischung von erfundenem oder belegbarem, also sehr schwer zu entwirren ist, dass man das einfach nicht auf Anhieb jetzt schnallt. Aha, okay, das haben Sie da, das haben Sie daher, das ist so und so. Man muss schon einigen Aufwand betreiben. Um das Auslandseiten oft geht es auch eigentlich nicht, weil natürlich auch Quellen ausgewertet werden, die andere nicht zur Rate ziehen oder auch gar nicht zur Verfügung haben. Das Ganze auch oft dann noch so im Einklang mit ganz anderen Überlegungen kommt. Das heißt, die Verschwörungstheorie selber ist oft auch nur so der unausgesprochene Grundplot. Diese zu beweisende Ideologie oder Beschuldigung dann an der Stelle wird ja auch nicht ausgesprochen. Man erzählt dann also sozusagen anti-amerikanische Bombenmoos zum Teil, die aber ohne wirklich diese explizite Feinderklärung nicht auskommen. Es wissen ja alle, dass es darum geht. Man muss eigentlich auch nicht mehr auf diesen Punkt kommen. und dadurch wird das schon sehr kompliziert und aber eben auch deshalb, weil eben aus diesen überraschenden Quellen eben auch durchaus zutreffende Informationen kommen können. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass Verschwörungstheoretiker jetzt einfach zielsicher nur Blödsinn rausgreifen. Am besten lassen sich natürlich Fakten benutzen, die doch stimmen, die dann irgendwie in dieses ganze Puzzle reinpassen. Und damit machen sie also etwas, was tatsächlich sonst zu wenig passiert. Also das heißt, der sympathische Anteil an dieser Ausweitung des verdächtigen Kreises, die da passiert, ist eben genau der Teil, dass man halt Fakten zu Rate zieht, die sonst unterschlagen werden würden. Und das macht es ja auch letztlich so attraktiv jetzt auch für Leute, die vielleicht sogar ahnen oder wissen, in was für einem ideologischen Milieu sie sich da oft bewegen, weil ja doch eine ganze Menge interessante Dinge zu erfahren sind, die man natürlich zwar hinterher nochmal sehr gründlich gegenprüfen muss und auch oft feststellen muss, dass es Unsinn ist. Aber sie sagen eben, dass die offizielle Version eben auch nicht stimmt. So und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich Verschwörungstheorien kritisiere, bewege ich mich durchaus sehr schnell in so einem positivistischen Film, dass ich jetzt sage, ich halte jetzt sozusagen die harten Fakten dagegen. Also es gibt halt diese im Grunde sehr schöne Widerlegung der meisten Verschwörungstheorien, die sich um 9-11 drehen in der Wikipedia, was ich auch nur empfehlen kann. Das ist erstaunlich gut ausgearbeitet und bloß da bin ich jetzt auf der Ebene des Faktischen. Das heißt, ich kann natürlich schon Fakt für Fakt sagen, sozusagen das spricht jetzt dafür, das spricht dagegen. Bei vielen dieser Überlegungen ist es einfach eine Frage nach ökonomischere Erklärung oder plausiblere Erklärung, was aber eben jetzt durchaus auch diskutierbar ist. Also welche davon jetzt sozusagen eher stimmt. Da ist man dann schon in einer handfesten Relevanzdebatte, Wissenschaft und so weiter. Ich komme aber an dieser Quellendemokratie, die da ursprünglich etabliert wurde, einfach nicht vorbei. Also ich muss schon erst mal akzeptieren, Sie haben mir diese ganzen Fakten ja auch erst mal präsentiert. Ich hätte sonst gar nicht drüber nachgedacht und gerade im Falle von 9-11 muss man eben auch sagen, dass die, also dass einige Überlegungen ja nicht abwegig waren. Also zum Beispiel zu sagen, da war vorher schon ein bisschen mehr im Schwange. Er hat natürlich nicht zugegeben, wie viel Sie vorher gewusst haben, weil das natürlich eine gigantische Schlamperei war, die da passiert ist. Sie hätten das ja verhindern können, wenn Sie jetzt an bestimmten Stellen zwei und zwei zusammengezählt hätten und vielleicht auch Ihre gezüchtete Feindschaft mit dem FBI mal überwunden hätten an der Stelle. Dazu hätten Sie aber eben auch ahnen müssen, dass da halt so eine schlimme Sache passiert zum Schluss, was glaube ich eigentlich keiner geahnt hat am Ende. So und diese Fährten, die dann sozusagen auch ein bisschen dazu führten, dass die Rolle des CIA in der Vorbereitung dieser ganzen Sache untersucht wurde, die kamen nicht selten aus durchaus verschwörungstheoretischen Diskursen. Also es ist auch immer noch mal überraschend zu erfahren, wenn da eben tatsächlich irgendwelche Staatsanwälte oder auch Leute, die mit dem Commission Report befasst waren, ihre Informationen teilweise auch aus sehr fragwürdigen Quellen erstmal bezogen haben, die haben sie halt dann geprüft, haben festgestellt, 95 Prozent hier Nuts, aber 5 Prozent verwertbar und sagen jetzt Moment mal, die wussten das und das und das. Warum haben die das nicht irgendjemandem gesagt? Was soll das? Und das heißt also, es gibt die Möglichkeit, diese sehr sehr heuristische Methode der Datenerhebung, der verdächtigen Ermittlung sozusagen zu verwenden. Aber man sollte sich eben im Klaren darüber sein, dass diese Quellen, naja, schon irgendwie kontaminiert sind und in gewisser Weise auch eine gewisse Vorbehandlung, einer gewissen Vorbehandlung bedürfen. So und dennoch bleibt natürlich jetzt die Frage, wie dann eben aus dieser Informationsanarchie, die ja auch viele Verschwörungstheoretiker sehr positiv besetzlich auf die Fahnen schreiben, so wie eben Kritik das macht oder machte, wie dann daraus aus diesen endlos langen unterdrückte Faktenlisten und so weiter, die ja oftmals auch global irgendwelche völligen kleinen Phänomene beurteilen, die erstmal überhaupt nicht in irgendein Bild passen, wie es auch zum Beispiel in Fefes Weblog gut zu lesen ist. Also auch gerade jetzt die letzten Tage nochmal wieder reingeschaut und dachte auch so, hey, das ist ja schon irgendwie überraschend, hätte ich jetzt nicht gewusst. Nochmal bei einigen Sachen zweimal weitergeschickt und dachte, okay, die Quelle, na gut. Wie dann also daraus dieser auch eigentlich schon so selbstverständlich und somit durchgeschleppte Anti-Amerikanismus beim Nordjahresrückblick wird, den wir gerade eben ja nochmal erleben durften. Ich habe dann irgendwann nach, weiß ich, 10 Minuten, als es dann irgendwie 8 zu 0 für Amerika stand, glaube ich, also wenn man jetzt so den Rest der Welt zusammenzählt, war es dann so 8 zu 5, glaube ich. Da habe ich dann irgendwie aufgehört zu zählen. Also wie passiert das, dass dann plötzlich einfach das Ganze einfach so zu so einer Show wird, in der sich jetzt also Leute sehr sicher sind, dass sie halt mit diesen billigen Zielscheiben jetzt einfach wirklich einen Haufen Applaus kriegen, es so Kabarett-mäßig funktioniert, so alle wissen eigentlich vorher schon, was für wir zu kommen und ich finde das trotzdem komisch. Also wie funktioniert das eigentlich? Und also wie funktioniert, also es ist ja an der Stelle tatsächlich ein dialektisches Verhältnis drin, wenn ich jetzt sage, es gibt einerseits halt also die gleichen Leute, die sich mit unglaublich vielen möglichen Motiven und Strukturen und ideologischen Hintergründen beschäftigen, dann am Ende doch immer wieder die Usual Suspects dann bezichtigen, was dann eben Bush und Sharon sind oder die Juden oder Israel oder Amerika oder hier ja mittlerweile auch gern die Antideutschen. Also es gibt jetzt auch so eine unausgesprochene Verschwörungstheorie, dass die Linke ja auch mal in Deutschland irgendwann so ganz stramm und stark und hat irgendwie allen die Zähne gezeigt und Joho und Häuser besetzt und dann kam halt irgendwie diese fiesen Antideutschen, haben diese ganzen Fragen gestellt und immer rumgenervt und immer gesagt, was das eigentlich alles noch so heißen könnte und ob man sich denn da so sicher wäre und jetzt ist alles im Arsch, jetzt ist also die DDR ist weg, die Häuser sind alle geräumt und am allerschlimmsten die falschen Fahnen und also das ist ein dialektisches Verhältnis auf jeden Fall, das ist einfach Leute, die schlau genug wären zu wissen, wie viel da eigentlich mit drin hängt, am Ende dann kann man sich doch der simpelsten Dinge bedienen und da wäre jetzt einfach nochmal interessant zu schauen, wer beschäftigt sich eigentlich alles mit Verschwörungstheorien, also wo befindet man sich denn da eigentlich als Konspirationist sozusagen? Ich dachte, ich hätte mir das Wort selbst ausgedacht irgendwann im Sommer und das gab es aber schon vorher. Naja, also Antisemitismus ist ja auch keine wissenschaftliche Bezeichnung, das war einfach, die ersten Antisemiten haben sich halt originellerweise einfach Antisemiten genannt und das war halt Quatsch, also natürlich nicht gegen Araber oder gegen irgendwen, sie waren einfach natürlich volles Rohr gegen die Juden und sämtliche Kritik an ihnen wurde natürlich an ihnen geübt, die auch durchaus bis in die Mitte des Jahrhunderts einfach auch sehr offen immer auch so hießen und sich auch so genannt haben. Also es gab nicht die Überlegung jetzt von wegen, ist das jetzt ein korrekter Begriff? Die Leute hießen halt so. Das heißt, man hat einfach die Selbstbezeichnung der Ideologie einfach übernommen und das ist bei Verschwörungstheorien ähnlich, also das heißt, die Verschwörungstheorien heißen eigentlich nur bei den Verschwörungstheoretikern so, weil das sind natürlich keine Theorien, so im wissenschaftlichen Sinn. Also auch da vielleicht nochmal der Literaturverweis in die Wikipedia, da ist eine sehr schöne Definition, vielleicht mal so ein Stück daraus vorlesen. Also Theorie bezeichnet eine modellhafte, korrekturfähige Vereinfachung der Wirklichkeit, die von Einzelereignissen abstrahiert, um übergreifende Zusammenhänge zu beschreiben. Genau das leistet eine Verschwörungstheorie aber so nicht, da sie zwar eine vereinfachende Erklärung anbietet, aber kein Modell. Verschwörungstheorien leisten keine Abstraktion, sondern nehmen im Gegenteil eine Konkretion vor, die unzulässigerweise verallgemeinert wird. Und so weiter und so weiter. Aber noch ein paar sehr schöne Stellen drin. Es ist ja gerade das Charakteristikum von Verschwörungstheorien, dass sie von Gegenständen handeln, die sich tatsächlich oder vermeintlich jeder Nachprüfbarkeit entziehen. In diesem Sinne sind Verschwörungstheorien nicht deskriptiv, sondern präskriptiv, wobei ihnen das Ziel der empirischen Verifizierung fehlt, was sie auch von wissenschaftlichen Hypothesen unterscheidet. Also das heißt, wenn man erstmal denkt, das passt jetzt in Kram, dann wird das einfach übernommen. Ist egal, wo es herkommt. Das machen ja dann die anderen, die bäschen einen dann schon dafür. Und dann sucht man sich wieder irgendwelche neuen, 150.000 vermeintlichen Belege und irgendwas davon bleibt schon hängen. So zum Schluss. Ja, das ist eine sehr schöne, auch so methodische Kritik daran. Das heißt, es gibt halt die Beschäftigung mit Verschwörungstheorien, die halt so Historiker oder auch so Zeitgeschichtler, Soziologen betreiben, die also auch nicht leugnen würden, dass das einen relativ großen Einfluss ausgeübt hat die ganze Zeit. Das Phänomen der Verschwörung, die aber auf jeden Fall sich dagegen wehren würden, das jetzt eben auf sämtliche gesellschaftlichen oder eben auch noch evolutionären Vorgänge irgendwie auszuweiten. Die Geschichtswissenschaften machen das halt relativ trocken, die schauen sich einfach wirklich nur belegbare Sachen an, die prüfen auch erstmal hauptsächlich die Belegbarkeit. Da geht natürlich dann ganz viel spannendes Material verloren, wo man einfach sagen muss, hey, gute Literatur, aber da ist nichts. Bei den Sachen, die sie dann aber eben nachweisen kann, stößt sie dann aber schon auf Verschwörungen, die also auch praktisch wirksam wurden, über die Verschwörungstheoretiker eigentlich gern nicht reden. Also eben gerade die Leninisten werden ja dann immer nur so als Teil irgendeiner gigantischen anderen Verschwörung benutzt. Man beschäftigt sich nicht wirklich damit, dass das also Leute waren, die von Verschwörungstheorie getrieben wurden im Endeffekt, gerade eben in dem, was sie von den anderen Sozialdemokraten in Russland 2017 unterschieden hat. Also es gab ja noch mehr Sozialdemokraten zu der Zeit oder Kommunisten in Russland. Und der Unterschied bestand aber eben genau in dieser verschwörerischen, gegenverschwörerischen Weltsicht. Und die wurde eben auch genau dann so brutal und so folgenreich. So und also das ist durchaus was, was bei Historikern in dem Zusammenhang eine große Rolle spielt, im Verschwörungstheoretischen Diskurs aber eigentlich nicht vorkommt. Also dann werden die Nazis vielleicht noch zum Werkzeug der amerikanischen Banken oder die russische Revolution wurde von Jakob Schiff finanziert oder irgend sowas. Aber das Ding selbst, es wird eigentlich eher noch verharmlost. Also nicht zuletzt deswegen, weil viele von den Verschwörungstheoretikern halt da auch an der Entschuldigungskampagne arbeiten, dann zu sagen, wir waren es ja gar nicht. Das waren ja die anderen. So und genau auf der anderen Seite von dem Historikerdiskurs, der jetzt also relativ trocken ist sozusagen, gibt es dann halt die Konspirationisten, die also weiträumig unabhängig von irgendeinem wissenschaftlichen Nachweis jetzt erstmal davon ausgehen, dass Verschwörungen die Geschichte und die Gesellschaft und die Evolution und was auch immer alles beherrschen und dann sozusagen ihre Belege dafür suchen. Bis dazwischen, zwischen diesen beiden Polen gibt es einfach noch eine völlig andere Fraktion, die alle relativ marginal ist, kann man schon sagen, die dort eben gerade in diesem Kritikmagazin damals schon aufgetaucht ist und auch ihre Spuren hinterlassen hat und vermutlich am bekanntesten hier ist über Robert Anton Wilson, also diese ganze Mindfuck Tradition, die Prinzipia Discordia und so weiter, was also schon wirklich genau darum geht, ich sage jetzt, also alles ist erlaubt, Brainstorming, was könnte denn überhaupt alles passieren, was gibt es denn für Möglichkeiten, wofür lässt sich dann vielleicht irgendein Beleg finden und das passiert dort eben auch mit einer gewissen Selbstdistanz, das heißt also sie, wenn ich jetzt auch gerade mal so Prinzip her Discordia mir angucke oder auch was Wulsen dann auch Warnendes über den Einfluss von Verschwörungstheorien sagt, dann merkt man schon, sie betrieben das auch einfach, um sich auf eine Welt einzustellen, darin leben zu können, die von Verschwörungstheorien eben massiv vorgeprägt ist, also auch einfach als Überlebenshilfe sozusagen und sie machen sich eben auch ständig darüber lustig, sie sagen auch selber ständig, hey, ich habe halt eigentlich auch keine Ahnung, wie das alles funktioniert, es gibt hier nur einfach mal so diese ganzen Möglichkeiten, so das ist halt auch eigentlich keine in dem Sinn irgendwie wissenschaftliche Herangehensweise, ganz im Gegenteil, also das ist eigentlich durchaus oft noch absurder als die Konspirationisten selbst, es macht aber eben beiden Seiten an irgendeiner Stelle den Strich durch die Rechnung, also einerseits betreiben sie halt diese heuristische Faktenerhebung, die also eigentlich das einzig wirklich gute Element an Verschwörungstheorien genannt werden könnte, andererseits lassen sie sich aber auch nicht darauf ein, jetzt zu sagen, wir katalogisieren das eigentlich alles gleich sofort und gucken, ob wir das mit irgendeinem Muster abgleichen können, das wir schon kennen, sondern also wir werfen das einfach gleich nochmal rein und gucken uns erstmal die Erzählung an, wir gucken uns mal an, was uns da eigentlich von wem erzählt werden soll und dabei passiert eben genau das nicht, was eben bei Bröckers auf jeden Fall zu beobachten ist, dass man es dann also wieder verengt auf irgendeine Lieblingserzählung. Das heißt, der Knackpunkt, also wenn ich den bisher in irgendeiner Form ausfindig machen konnte, besteht eben schon darin, ob man das Ganze als Erzählung akzeptiert, also ob man sozusagen die Plausibilität von so einer dramatischen Komposition einfach jetzt über die einzelnen Fakten stellt an der Stelle. So und das passiert eben bei, also es ist bei Bröckers auf jeden Fall passiert sozusagen, also da gibt es jetzt einfach den Plot, in den alles eingebaut wird. Ich glaube ich am Tag nach, nach dem Hurricane Katrina schon wieder angefangen mit Buschland unter eins, zwei, drei, vier Kolumnen und Weblog-Seiten, also das war schon wieder klar, ist jetzt völlig egal, was da passiert, aber ich habe wieder so meine Kolumne mit den römischen Zahlen dahinter und so und diese Erweiterung, die also nötig wäre, scheitert also immer genau daran, also dass man sich in irgendeine von diesen Erzählungen verliebt, dass man an irgendeiner Stelle sagt, die Sache halte ich jetzt für plausibel einfach, weil sie auch gut klingt, weil ich da auch selber irgendwie eine interessante Position in diesem ganzen Spiel habe. unser wichtigster Lieferant für den Bücherstand, Berner Pieper, hat also auch mal irgendwann geplant, so ein Verschwörungssammelband herauszugeben, also auch, kennt ja auch relativ viele Leute, die sich damit sehr intensiv beschäftigen, also auch Bröckers ging ja da auch jahrelang mit irgendwie zusammen und er sagte halt, irgendwie war das alles schon okay, aber er wollte einfach jetzt schon möglichst viele Sachen da reinbringen, die sich irgendwie auch ausschließen, sich widersprechen, die schon so nach dem Vorbild von Kritik jetzt also mal so ein paar Plots aufbauen, an denen man wirklich was zu knacken hat und das Problem war, dass jeder, der das kompilieren sollte, der dann mit diesem Projekt betraut wurde, letztlich dann doch wieder irgendeine Lieblingsverschwörungstheorie brachte und das heißt, es kam nie auf dieses Kritiklevel, weil am Ende wären wieder zehn Verschwörungstheorien drin gewesen, die sich eher völlig gedeckt hätten gegenseitig und gepusht und ja, er hat es dann einfach deswegen auch gelassen, er hat das irgendwie drei Leuten, drei Leute eine Weile machen lassen und dann irgendwann gesagt, hier funktioniert nicht, sie verlieben sich in eine Verschwörungstheorie und dann ist das ganze Projekt ja für den Arsch, das ist ja überflüssig dann auch und das heißt, ich würde behaupten, dass diese Besonderheit dieser Mindfuck-Wulsen-Tradition eben genau darin besteht, dass sie dem Plot nicht auf den Leim geht, also der, überhaupt der Vorstellung, dass es diesen Plot gibt, also in dem wir irgendwie alle leben würden, also Wulsen hat sich selbst glaube ich am gründlichsten auch darüber lustig gemacht, also gerade eben, wenn er dann sich selbst in einem Buch von sich auftreten lässt und so weiter und dann aber er selbst in dem Buch auch wieder jemanden herbeischreibt und so, also diese Ebenen einfach zu sagen, ich lebe natürlich nicht in der Geschichte, wäre auch sehr schlecht ausgedacht außerdem und das heißt, wo sind es Angriffe, die halt über diese Bezugnahme auf die Cut-up-Methode und auf andere literarische Experimente, die im 20. Jahrhundert ja vorkamen, die Angriffe auf die Erzählform, die halt bis dahin unkritisiert geblieben ist, haben also relativ viel damit zu tun, was er eben auch für ein entspannteres Verhältnis zu Verschwörungstheorien hatte, das heißt, er hat also einerseits nicht geleugnet, dass es eine Berechtigung dafür gibt, erstmal den Indizienkreis irgendwie auszuweiten, dass es eine Notwendigkeit dafür gibt, sozusagen dem analytischen Denken einfach auch mehr Informationen zuzuführen, als es sich von sich aus verschaffen würde, also sozusagen Dinge dort hineinzubringen, die so innerhalb der Laboranordnung einfach nicht vorkommen würden und auch innerhalb so der geordneten Auffassung von Gesellschaft so nicht vorkommen würden. Moment mal. Vollkommen trocken. Jetzt habe ich auch den Faden verloren dabei. Ja, also genau das, was er halt weiter noch zu vermitteln versucht. Das heißt also, dass die Wahrnehmungsfähigkeit, so wie jetzt bei mir gerade, auf eher so kleine überschaubare Räume beschränkt ist und dass ich sie dann aber eben schon mit einer sehr viel üppigeren Realität eigentlich irgendwie konfrontieren muss die ganze Zeit und das klappt natürlich gar nicht. Also natürlich sind wir alle nicht in der Lage, die ganze Welt wahrzunehmen und wir sind auch nicht in der Lage, uns jetzt sämtliche Handlungsmotivationen all unserer Mitmenschen vorzustellen, uns da rein zu versetzen. Und es ist immer total verführerisch, sich darauf einzulassen, jetzt okay, das folgt einfach alles jetzt diesem Plan. Die arbeiten jetzt hier alle nur nach ihrem Verwertungsinteresse oder nur, weil sie von da ferngesteuert sind. Und dann wird das alles plötzlich viel simpler. Man kann sich zurücklehnen und denken, boah, ich habe es verstanden. Und es stimmt natürlich überhaupt nicht. Und das, was Wülsen an der Stelle einfach vormacht, ist eben den Vermittlungsversuch nicht aufzugeben. Also es ist einfach so eine Art Rhythmik drin, also Ausweitung des Verdächtigenkreises und dann einfach mal doch mal wieder so ein bisschen Abgleich damit, was halt in irgendeiner Form klopffest ist und das aber einfach immer wieder zu tun. Also einfach jetzt gar nicht damit aufzuhören, wenn man jetzt denkt, oh, aus der Quelle kommt einfach überwiegend nur Mist, sondern einfach zu sagen, da kommt gar nichts mehr her. Das heißt, dieser Versuch der Vermittlung darf einfach nicht aufgegeben werden. Also das ist, glaube ich, auch das, was diese Methode wirklich von der, sage ich jetzt mal, konventionell-wissenschaftlichen Herangehensweise angenehm abhebt, wo also dann bestimmte Kanäle einfach ausgeknipst werden, weil man sie jetzt also mit dem eigenen Muster, mit der eigenen Beweisführung einfach auch nicht mehr untermauert kriegt. So und gerade eben an dem Punkt, wo ich jetzt also mir die konspirationistischen Großentwürfe, Gesamterzählungen halt als Erzählung nochmal anschaue, also hauptsächlich eben danach, wie sie dramatisch komponiert sind, fällt eben auf, dass es einfach alles viel zu gut erfunden ist. Also dass eben die Relevanz der Teile einfach auch schon ein bisschen daran erkannt werden kann, also wie überinterpretiert das Ganze ist, dass ich also sagen kann, selbst wenn jetzt jemand so einen Plan schon gehabt hätte, müsste er den ja auch noch komplett in die Tat umgesetzt haben. Also die gesamte Banalität davon, dass halt Pläne eigentlich selten so aufgehen, wie man sie sich vornimmt, ist dann einfach nicht mehr drin. Ich habe also es damit zu tun, dass es eine Erzählung gibt, die für sich zu durchkomponiert ist und dass diese Erzählung auch noch von jemandem eins zu eins umgesetzt worden sein muss, außerdem. So und an der Stelle ist es halt völlig überdeterminiert, kann man sagen. Was einfach auch immer schon ein sehr guter Hinweis darauf ist, dass es natürlich auch wieder nach Plausibilitätskriterien aber eigentlich sehr unwahrscheinlich so passiert sein kann. So, jetzt nochmal so zum Abschluss nochmal so einen kleinen Verweis auf andere Quellen nochmal geben, weil ich also festgestellt habe, es gibt keine Möglichkeit jetzt diese Beschäftigung damit einfach jetzt irgendwie vorwegzunehmen. Also gerade dieses Überraschungsmoment, jetzt in irgendetwas rumzustöbern und eine für einen selbst überraschende Information zu finden, das ist ja auch für jeden was anderes, auf jeden Fall. Ich habe hier so ein paar interessante Verweise rausgesucht. Also das eine Ding wäre jetzt mal ein verschwörungstheoretisches Buch, wo ich sagen muss, dass das konstruiert zum Schluss zumindest einen Plot, der, also es sind so zwei, drei Elemente, wo man sagen kann, okay, gut, das ist längst durch, aber wo jetzt also genau diese 9-11-Geschichte mal auf eine Weise dann verschwörungstheoretisch gebaut wird, wo ich sagen würde, die Nuss sollte mal jemand knacken, also so wie macht euch mal drüber her. Das Buch heißt Der zensierte Tag, ist auch in den meisten Bibliotheken zu bekommen und hat dann eben so im Schlussteil, es geht wirklich nur um das, ich glaube 12. oder 13. Kapitel, wo er dann also die Folgen dieser ganzen Sache von 9-11 irgendwie auswalzt und dann auch nochmal seine Version der Ereignisse konstruiert, was ja eigentlich selten auch unternommen wird und die ist halt über weite Strecken zumindestens wirklich mal gut zusammengesucht, aber also holpert dann eben doch auch an bestimmten Punkten. Also das wäre mal so als Honeypot vielleicht so. Dann natürlich der Verweis auf die Wikipedia, das kann ich grundsätzlich nur empfehlen, also vielleicht sich da auch an der Diskussion zu beteiligen, die ist da also gerade um, es gibt einen extra Artikel Verschwörungstheorien zu 9-11, wo also durchaus auch immer noch danach gesucht wird, jetzt eben auch möglichst vollständig jetzt so die populärsten Anwürfe da auch mal zu dekonstruieren. Empfehlenswert für diese Auswirkungen von Verschwörungstheorien auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist auf jeden Fall Daniel Pipes. Da gibt es direkt ein Buch, das einfach Verschwörung heißt. Der betreibt aber auch eine Webseite, wo er sich auch so mit aktuellen Entwicklungen beschäftigt, sehr viel auch mit eben gerade mit Menschen, die eben von Verschwörungstheorien geleitet sind in ihrem Handeln, also auch sehr viel mit islamistischen Terroristen sich beschäftigt im Moment. Das macht auch die Anti-Defamation League in Amerika. Also haben auf jeden Fall gerade eben Trüffelschweinarbeit geleistet, um jetzt wirklich diese Quellen vieler 9-11 Verschwörungstheorien erstmal ausfindig zu machen, worauf die eigentlich zurückgehen, was ja auch wirklich teilweise sehr unappetitliche Lektüre erstmal erfordert. Und es gibt ein Buch von zwei deutschen Journalisten, deren Name ich jetzt, also das Buch heißt Tödliche Fehler. Und? Ja, und die, ja, also Schröhm und Laps haben das geschrieben. Na gut. Hat auch so ein paar komische Untertöne, aber dort wird einfach auch nochmal so ein bisschen der Geschichte nachgegangen, also wie eigentlich diese Schlamperei an 9-11 eigentlich zustande kam. Und da wird auch nochmal so sichtbar, also da sind schon Ungereimtheiten, die irgendwie nochmal aufgeklärt werden mussten. Also der CIA hätte allen Grund, das zu vertuschen danach. Also das ist aber eben auch aus diesem Buch dann sehr gut ersichtlich, also nach dem, was er einfach vorher wusste und nicht verwendet hat, dass er natürlich dann, als es passiert war, auch nicht die Riesenprobleme hatte, jetzt zu sagen, was jetzt gemacht werden müsste und sich damit dann eben auch wieder so ein bisschen reinwaschen konnte. Wir reden nicht mehr drüber, wir wissen ja jetzt, was wir machen müssen. Also das wird in diesem Buch sehr deutlich. Die Kritik kann ich jetzt vielleicht nicht empfehlen, dass es einfach eher kompliziert ist, da noch ranzukommen. Also ich habe auch nur fotokopierte Ausgaben so hintenrum irgendwie mal bekommen, aber ist auf jeden Fall sonst noch eine interessante Lektüre. Und natürlich Tobias Jecker. Das Buch heißt einfach Antisemitische Verschwörungstheorien zum 9. Was, glaube ich, so die aktuellste Komplettbeschreibung davon ist. Also wie funktioniert der Diskurs? Was sind so die üblichen Motive, die darin vorkommen? Also er lässt sich nicht wirklich auf die Fakten-Diskussion ein dort. Er macht es einfach ideologiekritisch. Also er guckt einfach hauptsächlich nach den Motiven der Leute, die das schreiben, also inwieweit die eben auch schon aus den Texten sichtbar werden. Und nimmt sich zum Beispiel auch diese eine WTC-Conspiracy-Kolumne von Bröckers vor, die dann auch Koscher-Conspiracy hieß, die nimmt er dann richtig so diskursanalytisch, so Zeile für Zeile auseinander. Also das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Das haben wir auch am Bücherstand dann zum Verkauf. Werbung. Ja. Und ja, vielleicht abschließend dann einfach mal noch der nette Hinweis, also man erkennt immer nur die Verschwörungstheorie, die man nicht teilt. Ja, also ich weiß nicht, ob es noch Bedürfnis nach Fragen besteht. Okay. Mikrofon, Saalmikrofon. Ja. Vor der eigentlichen Frage eine Vorfrage. Okay. Findest du nicht, dass der Machtergreifungsprozess der Nationalsozialisten zumindest zum Teil eine Verschwörung war? Das ist ausgesprochen zutreffend. Also da auch der Verweis auf Daniel Pipes, ja, ist, also kann ich jetzt nicht anders sehen. Also es spielt auf jeden Fall eine sehr große Rolle dabei. Gerade eben dieses Moment der Verschwörungstheorie, also der Verschwörung gegen eine jüdische Weltverschwörung. Wir müssen uns jetzt so organisieren, weil sie haben ja vor, uns umzubringen. Ja, also dieses Moment ist da sehr stark drin, keine Frage. Ja, und halt, klar, also von mir aus auch mit eben dieser Vorverschwörung, also Nationalsozialismus als Gegenverschwörung, aber gleichzeitig als gefährliche Verschwörung für die Allgemeinbevölkerung. Und nun zu dem Punkt. Warum soll man auf einmal darin glauben, dass es keine großen Verschwörungen mehr gibt, tatsächliche Verschwörungen, oder geben wird? Und falls man nichts gegen solche tut, dass die nicht irgendwann wieder zum Beispiel die totale Kontrolle über eine Gesellschaft übernehmen können? Pass auf den Schluss nochmal? Nur nochmal den ganz letzten Schluss, der kam akustisch hier nicht an. Die dann doch eventuell sogar wieder einmal eine Gesellschaft kontrollieren oder eine totale Kontrolle errichten können. Also die allgemeine Frage, die Gefahr besteht, die Möglichkeit gibt es, dem ist am besten mit Aufklärung oder am besten noch mit der Aufhebung des Kapitalverhältnisses irgendwie zu begegnen. Aber die Konkretion jetzt im Sinne von, wer damit meistens gemeint ist jetzt, so wie wir hatten heute auch wieder ziemlich viele Wortmeldungen am Bücherstand, so in Richtung von Faschismus in Amerika und so, das ist Unsinn. Also ich erkenne da jetzt nicht wirklich so den großen Plot drin. Also ich würde jetzt im Moment nicht wissen, wohin ich halt jetzt so eine große Verschwörungserzählung stecken soll, mir zu sagen, da ist irgendwo was Plausibles im Gang. Also natürlich in einem kleineren Rahmen. Ständig verschwört sich irgendwo irgendwer mit irgendjemandem. Das ist nicht der Punkt, aber so diese große Gesamterzählung ist im Moment, glaube ich, wirklich gerade nicht angesagt. Also da bräuchte man jetzt wirklich mal ein konkretes Beispiel. Je mehr Leute sich allerdings mit Verschwörungen befassen und auch Verschwörungstheoretiker sind, desto größer die Chance, dass eine tatsächliche Verschwörung auch rechtzeitig entdeckt wird und dagegen Maßnahmen getroffen werden. Kann ich nicht sagen. Das ist doch eine Frage der Logik. I don't know. Also ich weiß nicht, ob es noch so ein spezifisches Verschwörungs-Nafu gibt. Also kann ich jetzt nicht sagen. Das müsste man sich mal so kybernetisch überlegen vielleicht. Was mich sehr amüsiert hat, war die Uhrzeit. War das ein Wunsch von dir? 23 Uhr? Ich bin jetzt nicht imstande, irgendwas Originelles zu sagen. Ja, ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist ja gar nicht von mir eingerührt worden. Das haben die ja gemacht. Jetzt noch einen psychologischen Kommentar. Das Gegenstück zu Verschwörungen oder Verschwörungstheorien auf der individuellen Ebene wäre ja also die paranoide Persönlichkeitsstörung. Oder allgemein jemand, der also paranoide Gedanken entwickelt. Und das ist ja eine Gegenreaktion auf tatsächlich passierte, schlimme Dinge. Also wenn jemand Schlimmes durchmacht, dann reagiert also die Psyche damit, indem sie sich mehr Gedanken macht, wie solche Dinge in Zukunft vermieden werden können. Und das also im Extremfall führt das zu einer paranoiden Persönlichkeitsstörung, die aber sozusagen für das Inovidium durchaus einen Nutzen hat. Nämlich also jemand zum Beispiel, der im Geschäftsleben häufig übers Ohr gehauen wurde, handelt dadurch paranoide und vermeidet dadurch meistens wieder in gewissen Situationen reingelegt zu werden. Ja, also natürlich die sinnvolle Reaktion darauf, dass man jetzt von einer Verschwörung bedroht und fast ausgerottet wird, ist natürlich dann einfach einen eigenen Staat zu gründen und eine Armee aufzustellen und zurückzuschießen. Das ist klar. Also das. Ja, okay. Also ich. Oder wolltest du da noch jetzt. Ja, also in einer. Persönlich noch rückbindig. Also die geeignete Behandlung ist ja dann meistens eine Psychotherapie. Also an der Stelle nicht, nee, also gar nicht. Also beim Individuum. Wenn die Psychotherapie dazu führt, dass man sich nicht wehrt, ist es ja für den Arsch. Bitte? Was meinst du? Wenn die Psychotherapie dann dazu führt, dass ich mich gegen eine reale Bedrohung nicht mehr wehre, ist sie, also, ist es nicht sinnvoll. Nein, nein, es geht ja dann darum, auch das besser unterscheiden zu können, ruhig zu bleiben und so. Und in deinem Fall, würde ich sagen, würde ich sagen, dass du jetzt also eine Gegenreaktion zeigst darauf, dass du also in einer Gesellschaft aufgewachsen bist, wo dauernd eben von Verschwörungstheorien gesprochen wurde, die sich dann aber später als keine herausstellten. Und dass sich also bei dir dann eine antiparanoide Persönlichkeitsentwicklung vollzogen hat. Also wenn mir das jetzt wenigstens irgendwas nützen würde, aber, also. Also ich habe ja selten so viele Zuhörer wie hier damit, also das, keine Ahnung. Das ist nicht wirklich so jetzt, dass man jetzt irgendwie denkt, oh, damit habe ich mich jetzt auf die sichere Seite buxiert, also, keine Ahnung. Nein, das ist, dass Leute, sowohl die Verschwörungstheoretiker wie die Anti-Verschwörungstheoretiker, sind wichtige Teile eines evolutionären Prozesses. Okay, ja. Das können wir morgen am Bücherstand nochmal diskutieren. Also ich denke mir bis dahin was aus. Wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es so zwei Aspekte, die du irgendwie so mehr oder weniger als positiv beurteilst, an manchen Verschwörungstheorien, sage ich jetzt mal. Das eine ist diese Ansammlung von Fakten und das andere ist die Möglichkeit, dass man das einfach so als Erzählungs betrachten kann. Dem ersten will ich jetzt gar nicht so widersprechen. Beim zweiten bin ich mir nicht so richtig sicher, wie, wenn ich dich richtig verstanden habe, wie du das trennen willst, eine irgendwie Erzählung von irgendwie auch konkreten politischen Überlegungen. Also ich meine, Fefes Veranstaltungen werden ja nicht um ein Haar erträglicher, wenn er vorher sagt, wir machen hier nur Comedy, sondern der Anti-Amerikanismus bleibt ja. Ja, bloß also mir ging es nicht darum jetzt zu sagen, die Erzählung wäre jetzt irgendwie das gute Element daran, also überhaupt nicht. Also ich würde ja sagen, es ist einfach ein besonders deutliches Beispiel dafür, was eine Erzählung selber schon für ein Problem sein kann. Also eben gerade so wie eine Zwölzen halt irgendwelche Texte halt kattet und irgendwie miteinander zusammenschnipselt, erst mal zu gucken, was da eigentlich passiert, also was die Texte eigentlich sagen, wenn man sie mal so aus ihrem dramatischen Plot-Abfolge langweilig, irgendwie Typ macht irgendwas, dann gibt es irgendwie so eine Entwicklung, dann gibt es irgendwann einen Höhepunkt, dann löst es jetzt wieder auf, geht es ja von vorne los, dieses Ding das einfach mal so auflöst und sagt, hey, das ist ja alles wie banaler, es gibt Zufälle, die Sachen passieren überhaupt nicht so systematisch. Also mir ging es schon eher darum, diese Erzählung anzugreifen, auch zu sagen, hey, das ist einfach alles zu plausibel. Okay, im Fall von Wilson würde ich dir zustimmen, bei dem Rest, dem man so begegnet, vielleicht nicht unbedingt. Okay, agree to disagree. Ja, anyone else? Ja, dann brechen wir das mal ab und wie gesagt, die Diskussion kann dann gerne morgen noch fortgesetzt werden. Ich bin dann den ganzen Tag noch da, hinter den Büchern verschanzt und so. Und kann dann auch immer sagen, ey, lies doch mal das hier und so. Applaus Ich bin dann da, hinter den Büchern verschanzt und so. Vielen Dank.